Ja Leute, die verschwundene Post ist wieder da. Ja Leute, ich habe ja im letzten Mail der Video gesagt, dass ich ein Problem mit der Post hier hatte und meine ganzen Briefe hier verschwunden sind. Und tatsächlich, auf einmal sind sie alle auf einmal da. Ja, weiß ich genau warum, verstehe ich auch nicht ganz, aber ich freue mich natürlich trotzdem, dass meine Karten und meine Briefe endlich hier bei mir angekommen sind. Und damit starten wir hier mal in dieses erste Kuvert. Da sollte, wenn ich mich nicht irre, schick, schick verpackt, da sollte eine Trunks Karte drin sein. Oh ja, Super Saiyajin Trunks, Altering the Future, Special Rare, die habe ich tatsächlich, müsste ich jetzt hier sogar zweimal unter diesen Bestellungen haben. Denn ich habe tatsächlich gedacht, dass meine Bestellungen weg sind und habe die dann nochmal bestellt und die kam dann auch nicht an. Wir ziehen die hier mal raus. Card Save war richtig schön. Und dann mit so einer Lasche hier, damit man das richtig nice hier rausziehen kann. Dann gucken wir uns hier die Karte doch mal ein bisschen genauer an. Wirklich, ich glaube, diese Karte ist, also was ihr Aussehen angeht, hier ein bisschen underrated, kriegt man relativ günstig für etwa 5 Euro, die Special Rare Variante. Und das habe ich natürlich auch ausgenutzt und mir die Karte so gekauft. Das Aussehen dieser Karte ist einmal der Hammer. Also wirklich auch eine der schönsten Special Rares hier aus diesem Set, muss ich sagen. So, dann haben wir hier den nächsten Brief. Natürlich, wie immer Leute, denkt immer dran, die Adressen der Leute unkenntlich zu machen, wenn ihr hier sowas aufnehmt. So, dann muss ich jetzt mal gucken, wie ich hier reinkomme. Okay, das war das. So, jetzt haben wir es endlich rausgekriegt. Und da habt ihr schon Sneak Peek gesehen hier. So, als erstes haben wir hier natürlich Son Goku, die Legendary Warrior. Das ist eine Karte, die muss man natürlich für seine Sammlung auf jeden Fall haben. Die gibt es natürlich auch noch mit Goldfoiling auf der Schrift. Die ist ein bisschen teurer tatsächlich, aber die hier reicht mir erstmal. Yunisen Karte. Und dazu gibt es natürlich, wie bei den vorangegangenen Sets, auch eine Leader-Karte. Da haben wir hier Son Goku Jr. Sion of the Lineage. Das ist die Leader-Front. Das ist die Awakened-Side. Gibt es natürlich auch mit Goldfoiling. Und das macht die Karten natürlich ein bisschen teurer dann. Mir reichen diese beiden hier für die Sammlung. Freue ich mich auf jeden Fall sehr drüber, dass ich die jetzt auch hier zu Hause begrüßen darf. Welcome to the team. Dann haben wir hier ein paar schöne Sleeves auf jeden Fall auch noch so dazugekriegt. Und hier weiß ich gar nicht genau, was ich da drin habe. Gucken wir mal rein. Okay, das sind also zwei Karten. Da haben wir es hier jetzt schon gesehen. King Vegeta Hidden Ambitious. Das hier ist einfach nur zum Stabilisieren, würde ich sagen. Super Rare King Vegeta Hidden Ambitious. Das habe ich tatsächlich nicht gezogen. Aus meinen Boxen, drei Boxen habe ich aufgemacht. Kein King Vegeta Hidden Ambitious als Super Rare gezogen. Deswegen habe ich mir den hier jetzt auch nochmal in der Super Rare Variante gegönnt. Wunderschöne Karte. Und als nächstes haben wir da, die erste Karte wird natürlich auch wieder eine Karte zum Stabilisieren sein. Die Karte Ankammen aus BT3 und die Super Rare dazu ist. Das ist gar keine Super Rare. Das ist eine Voll-Reverse-Karte aus der Dragon Brawl Box Nummer 2. Ich glaube, die habe ich einfach nur dazu bestellt, damit sich das Porto lohnt. Und die hat, glaube ich, 20 Cent gekostet. Ja, und zu einer schönen Voll-Reverse-Karte sage ich natürlich niemals nein. So, der nächste Brief ist auch da. Ich reiße den mal hier an der Seite auf. Da sollte eigentlich nichts passieren. Man kann die Karten ja immer fühlen. So, da ist nichts mehr drin. Zack. So, hier ein paar schöne... Ja, Leute, wer ist das? Ist das hier Mega-Tour-Talk oder sowas? Hier auch ein paar schöne Pokémon-Sleeves dazu. Leute, das ist natürlich Tour-Talk, aber was für eine Version ist das hier? Mega-Tour-Talk? Ich weiß es nicht genau. Lass es mich mal wissen. Und da haben wir nämlich genau diese beiden Karten hier. Super Saiyajin Trunks Altering the Future in der Super Rare Version. Das Artwork ist einfach der Hammer. Also wirklich, ich stehe auf dieses Artwork. Finde ich richtig gut. Und das hier ist genauso gut. Und deswegen habe ich die jetzt auch hier zweimal. Hier hinten schon einmal bekommen. Und ja, darüber freue ich mich natürlich auch sehr. War jetzt natürlich sozusagen, ja, nur gekauft, weil... Also diese dritte war jetzt nur gekauft, weil die Briefe einfach nicht ankamen. Und ich nochmal eine mit Prio, also mit Sendungsverfolgung hier nachbestellt habe, um mal zu gucken, wo meine Briefe denn auch hingehen. Und jetzt habe ich sie endlich gefunden. Und deswegen bin ich sehr froh. Und es ist überhaupt nicht schade, dass wir hier jetzt noch eine Special Rare mehr haben. So, und schon sind wir auch wieder beim letzten Brief in diesem Video. Oh, ich versuche hier mal, das aufzubekommen. Ich kriege es natürlich nicht oben auf. So, jetzt bin ich mal gespannt. Ich glaube, das ist der Brief, auf den ich tatsächlich am längsten gewartet habe hier. So, endlich rausgekriegt. Ist hier oben auch nochmal fixiert sozusagen. Und da haben wir zwei Karten. Die gehören eigentlich noch zu einem anderen Mailday-Video. Und das seht ihr jetzt nämlich. Das sind Foil Leader-Karten. Wirklich wunderschön hier Bardock. Als Foil Leader. Wow. Hammer. Wirklich der Hammer. Freue ich mich sehr darüber, dass die jetzt auch endlich da ist. Und mit dieser letzten Karte, hier nämlich Supreme Kai of Time. In der Foil-Version. Haben wir jetzt alle Leader aus BT13 in der Foil-Version. Darüber freue ich mich richtig doll hier. Ich liebe meine Foil Leader-Karten. Auch wenn sie keinen Pre-Release-Stamp haben oder sowas. Das ist mir eigentlich egal. Hauptsache sie glitzern. Ja Leute, das war hier eine ganz schöne Ausbeute. Wenn wir hier nochmal durchgucken. Und ich hoffe, euch hat es gefallen. Mir hat es hier auf jeden Fall gefallen. Und ich freue mich sehr, dass meine Karten hier endlich angekommen sind. Wie immer sage ich natürlich Daumen nach oben. Und auch ein Abo dalassen für diesen Kanal hier. Und wir sehen uns beim nächsten Video, Leute. Haut rein und macht's gut.